Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. So, meine Freunde, Deontay Wilder gegen Tyson Fury, der Rückkampf steht an, diesen Samstagnacht auf Sonntagmorgen auf The Zone. Irgendwann um 5 Uhr morgens oder so kommt er. Der härteste Puncher im Schwergewicht gegen den besten Boxer im Schwergewicht und den allergrößten Troll der Welt. Ja, Tyson Fury ist einfach der allergrößte Troll, den es im Boxen gibt, muss man ganz klar so sagen. Was der für Aussagen rausgeballert hat, war einfach zu heftig. Unter anderem, dass er sich siebenmal am Tag selber einen, ja, selbst befriedigt, damit das Testosteron hier oben bleibt, was halt völlige Blödsinn-Aussage ist. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass das einfach gar nicht so funktioniert. Außerdem hat er natürlich gesagt, dass er seinen Kiefer, ja, um nicht ausgenockt zu werden, besonders gut vorbereitet, indem er extra viel mündliche Arbeit bei seiner Frau unten leistet. Was will man zu dem Typen sagen, ne? Entertainer, aber halt ein richtiger Spasti so teilweise. So, alle fragen sich jetzt natürlich, wer den Kampf gewinnen wird. Ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht. Ihr wart der Meinung, der größte Teil von euch war der Meinung, dass Wilder den Kampf gewinnen wird. Und jetzt fragen natürlich alle mich, ey Edmond, was glaubst du, wer den Kampf gewinnen wird? Mach mal eine Analyse zu dem Kampf und das will ich in diesem Video jetzt auch machen. Eine ganz kurze, knappe Analyse mit den Stichpunkten zu diesem Kampf und dann ganz schnell meine Meinung, ja. Nicht allzu viel bla bla drumherum. Fangen wir gleich an. Um den Rückkampf analysieren zu können, nehme ich mir jetzt mal den ersten Kampf, den die beiden gemacht haben, als Grundlage, als Basis für die Analyse und wir schauen uns an, was da passiert ist, ja. Ich habe mir den Kampf gestern extra nochmal in Ruhe angeschaut und mir ein paar Notizen gemacht und die werde ich jetzt mit euch teilen. Was ist im ersten Kampf passiert? Also, Tyson Fury hat es geschafft, Wilder über den gesamten Kampf eigentlich ausgenommen von zwei Momenten auf Distanz zu halten. Wie hat er das gemacht? Er hat einfach seine sehr gute Beinarbeit, seine Oberkörperbewegungen, sein Headmovement genutzt, ja. Seine Finden immer wieder genutzt, um Wilder zu beschäftigen. Während er es selber geschafft hat, oftmal seinen guten Jab zu nutzen, gefolgt von einer schönen rechten Geraden. Er hat die Rechte gerade sehr oft in dem Kampf getroffen, man hat das gesehen, Wilder hatte eine Schwellung über dem linken Auge. Und, ganz wichtig, Wilder wurde zweimal in diesem Kampf von Tyson Fury durchgeschüttelt, dass er gewackelt hat. Wenn ihr es mir nicht glauben wollt, schaut es mal an. Ende der ersten Runde, ja, da trifft, ähm, Fury hat Wilder so leicht seitlich am Hinterkopf mit einer rechten Geraden oder mit einem rechten Haken gewischt. Wilder hat auf jeden Fall gewackelt. Und am Ende der zwölften Runde, nach dem Knockdown von Wilder, ist Fury aufgestanden und hat Wilder mit einer Kombination zugedeckt, während er selber geschlagen hat. Und hat ihn, glaube ich, mit einem linken Haken am Kinner wischt. Wilder hat da definitiv richtig gewackelt und musste sich festhalten. So, was hat Wilder in dem Kampf gemacht? Wilder hat in dem Kampf, muss man ehrlich sagen, fast gar nichts gemacht. Wilder hat sich zwölf Runden lang auf die Lauer gelegt und die ganze Zeit nur auf seine harte rechte Hand verlassen oder darauf gewartet, die irgendwann mal zu treffen. Hat die aber fast den ganzen Kampf lang einfach nicht gefunden. Ausgenommen von Runde 9, wo er Fury da an den Seilen hatte und ihn da leicht gestriffen hat, oben am Kopf und er dann zum Boden gegangen ist. Und dann eben in der zwölften Runde, diesen Knockdown kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie mal im Kampfsport aktiv war oder da zugeschaut hat. Das war ein Knockdown aus der Hölle, ja, diese rechte gerade mit diesem linken Haken gefolgt. Boah, alle dachten, Fury wäre gestorben, aber wie der Undertaker ist einfach wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Das ist eigentlich ganz grob das, was in diesem Kampf passiert ist. Mehr ist da nämlich auch nicht passiert. So, meine Freunde, mal ganz ehrlich, klipp und klar, ich bin der Meinung, der Kampf ist ja in einem Unentschieden geendet. Und ich sage euch ganz ehrlich, Fury wurde da ein bisschen beschissen. So, meiner Meinung nach hat Fury den Kampf eindeutig gewonnen. Gestern, ich bin ja, ich bin kein Fan von Tyson Fury. Ich bin eher auf der Seite von Wilder gewesen und wollte, dass Wilder den Kampf gewinnt. Aber dennoch neutral gewertet, auch mit sehr, sehr viel Großzügigkeit, habe ich Wilder nur drei Runden in dem Kampf gegeben. Eine Runde und zwar die zweite Runde und dann eben die neunte und die zwölfte Runde mit dem Knockdown. Aber trotz allem, was da passiert ist, war der Kampf auch 115 zu 111 meiner Meinung nach für Fury. Mit extrem viel Großzügigkeit hätte man Wilder vielleicht noch irgendwie eine Runde geben können. Dann wäre es aber trotzdem noch ein 114 zu 112 gewesen und Fury hätte den Kampf gewinnen müssen. Aber okay, so ist das Boxen. Manchmal wird er halt ein bisschen beschissen und manchmal ist es halt einfach unsauber. Was müssen beide jetzt machen, um den Rückkampf zu gewinnen? Was muss Wilder dafür tun? Fangen wir damit an. Wilder muss auf jeden Fall mehr machen. Er kann nicht bei einem guten Boxer wie Fury, kann er sich einfach nicht da hinstellen und zwölf Runden lang auf einen einzigen Schlag warten. Das funktioniert einfach nicht, kann er bei ihm nicht machen. Er muss sich mehr bewegen, mehr jabben und öfter versuchen, mit der rechten Hand zu treffen. Außerdem muss Wilder mehr zum Körper schlagen. Er hat es am Anfang des letzten Kampfes ein, zwei, drei Mal versucht, zum Körper zu schlagen. Er hat gut getroffen, aber er muss auf jeden Fall mehr davon bringen. Warum? Fury ist jemand, der sich sehr gut bewegt, sehr viel Kondition hat. Ein Schmetterling, wie Mohammed Ali es gesagt hat, float like a butterfly, sting like a bee. Also schwebe wie ein Schmetterling, stech zu wie eine Biene. Er schwebt halt wie ein dicker Schmetterling, sticht halt nicht ganz so sehr wie eine Biene, aber er kann es halt trotzdem. Er ist sehr beweglich auf den Beinen. Wilder muss ihm jetzt also ein, zwei, drei Runden lang mehr oder weniger nur zum Körper schlagen, denn dadurch verlangsamst du Leute, die eben sehr beweglich sind und nimmst ihnen diese bewegliche Beinarbeit. Und das ist ja genau das, was er machen will. Er will, dass Fury sich nicht von ihm wegbewegen kann, damit er eben seine Schlaghand treffen kann und ihn ausknocken kann. Außerdem muss Wilder einfach viel mehr Kombinationen schlagen. Aktuell versucht er halt einfach immer nur den Vorschlaghammer rauszuholen und die rechte zu treffen. Ist halt einfach gefährlich, weil Fury jemand ist, der sehr beweglich ist und einzelne Schläge leicht kommen sieht. Wenn er seine rechte Schlaghand in einer Dreier- oder Vierer- oder Fünfer-Schlagkombination versteckt, ist es einfach tausendmal wahrscheinlicher, dass er die trifft und dann eben den Knockout-Sieg reinholt. Was muss Fury tun, um den Kampf zu gewinnen? Fury muss Stick and Move, also Butt treffen und sich gleich wieder wegbewegen. Gar nicht die Möglichkeit, Deontay Wilder gar nicht die Möglichkeit geben, dass er ihn irgendwie schlagen kann. Er muss weiterhin seine Top-Beinarbeit, Oberkörperbewegungen, Mind-Bewegungen und alles nutzen. Außerdem muss er viel mehr seine eigene Rechte gerade bringen. Im letzten Kampf hat man gesehen, dass er mit dem Jab Wilder sehr gut beschäftigen kann und immer wieder mit der rechten Hand dann getroffen hat und Wilder sogar zweimal durchgeschüttelt hat. Wenn er jetzt mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein öfters mal die Rechte gerade ans Ziel versucht zu bringen, glaube ich, dass er echt sehr gute Karten hat, den Kampf zu gewinnen und Wilder dadurch schön auf Abstand zu halten. Wie wahrscheinlich ist das, dass Wilder sich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren so krass verändert hat, dass er boxerisch jetzt besser mit Fury mithalten kann? Eher unwahrscheinlich, sage ich halt mal ganz ehrlich. Wilder ist jemand, der sich von Kampf zu Kampf zwar sehr stark verbessert, aber ich sehe einfach diesen Sprung auf das Niveau von Fury boxerisch, wird er, glaube ich, niemals machen. Außerdem steht er unter mehr Druck. Der psychische Druck, sage ich jetzt mal, liegt mehr auf der Seite von Wilder, weil er, wenn er wirklich ehrlich zu sich selbst ist, müsste erkennen, dass er den letzten Kampf eigentlich verloren hat. Die ganze Welt schaut jetzt also darauf, kann er den Kampf fair gewinnen oder wird ihm wieder ein Sieg oder ein Unentschieden geschenkt. Fury hingegen ist jemand, der sehr gut mit psychischem Druck umgehen kann, muss man sagen. Er ist aus einer Depression und Drogensucht zurückgekommen, hat gegen Deontay Wilder gekämpft. Von daher denke ich, dass er mit psychischem Druck keine Probleme haben sollte. Er wird, denke ich mal, in diesem Kampf sogar derjenige sein, der sehr, sehr viel selbstbewusster sein wird, weil er weiß, dass er theoretisch den ersten Kampf gewonnen hat, dass Wilder ihn zweimal niedergeschlagen, aber nicht geschafft hat, auszunocken. Das sind alle Sachen, die sein Selbstbewusstsein steigern werden. So, meine Meinung zu dem Kampf. Alle sagen Deontay Wilder nach K.O. oder Tyson Fury nach Punkten. Aber wisst ihr was? Ich bin heute Morgen aufgestanden und irgendwie habe ich mal Lust, eine Überraschung zu sehen. Und ich sage es euch jetzt mal ganz klipp und klar, dass Wilder durch Knockout gewinnt, ist immer eine Wahrscheinlichkeit. Der Typ hat eine Schlagkraft, mit der kann er einen Ochsen umhauen. Also, dass der durch Knockout jeden Kampf gewinnen kann, ist außer Frage. Wenn er Fury gut trifft, ist er wahrscheinlich weg. Aber, ich glaube nicht, dass er es in diesem Kampf schaffen wird. Oder wisst ihr was? Nein. Pass auf, ich sage es so. Also, entweder, der Kampf wird auf gar keinen Fall über die Distanz gehen. Das ist was, was ich jetzt sage. Ich will mich gar nicht auf eine Seite einigen, aber ich sage, der Kampf wird safe nicht über die Distanz gehen. Entweder knockt Wilder Fury aus, oder Fury schafft durch TKO den Kampf zu gewinnen. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt, Fury könnte den Kampf sogar durch TKO gewinnen. Warum? Ich denke, dass er in diesem Kampf einfach viel mehr und viel öfter seine rechte Schlaghand benutzen wird. Und da auch mal ein bisschen mehr Druck reinlegen wird. Er hat gesehen, dass er Wilder damit anknocken kann. Wilder hat nicht das krasseste Kind. Jedes Mal, wenn er getroffen wurde, wenn er hart getroffen wurde, hat er gewackelt in den vorangegangenen Kämpfen. Ich denke, Fury hat durchaus die Möglichkeit, durch TKO zu gewinnen, indem er ihn irgendwie anknockt und dann so lange draufhaut, bis der Referee den Kampf stoppt. Also, ich denke auf jeden Fall, der Kampf wird nicht über die Runden gehen. Es wird keine Punkte-Sieger geben. Entweder Deontay Wilder gewinnt durch einen klaren Knockout bewusstlos, oder Tyson Fury gewinnt durch TKO und durch Referee Stoppage. Ich habe es gesagt. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt hardcore blamieren und der Kampf wird dann safe auf Punkte gehen. Aber ich habe das heute irgendwie im Gefühl gehabt und dazu stehe ich auch. Ich bin gespannt, wer den Kampf gewinnen wird. Meine Analyse oder meine Reaction zu dem Kampf kommt dann natürlich am Sonntagmittag oder Nachmittag online. Seien wir gespannt drauf. Schreibt mal in dem Kommentar, was ihr glaubt, wer gewinnen wird. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hochdrücken, Kommentar hinterlassen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr verpasst. In dem Sinne, Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.